Herzlich Willkommen hier Von Kocht wieder An dieser Stelle nochmal eine Entschuldigung Für die letzte Folge Oh, wie soll das? Weil wir da ziemlich planlos waren Aber, jetzt haben wir einen Plan Ja, genau Nämlich, wir wollen uns vorbereiten für die nächste Höhlenerkundung Wenn ich jetzt noch richtig im Kopf habe Die Lidenen Flaggen heißt abgeschlossen Die Gelben heißt, ja Da müssen wir noch hin Ich weiß das gar nicht mehr Und ich glaube eine Höhle habe ich auch noch Mit einer Flagge mit einer Gelben markiert Wo das Hammer Symbol ist Also wenn wir dann... Wie viele Flaggen siehst du? Ich sehe 2 Lille und eine Gelbe Ich sehe 1, 2, 3, 4 Lille und 3 Gelbe Ähm Für die nicht? Ne, ich sehe 2 Lille und eine Gelbe Ne, bei mir ist es nicht mehr Das ist nicht mehr Das ist nicht mehr Und der Hammer Symbol ist auch weg Bei mir Bei mir nicht Auf alle Fälle esse ich jetzt schnell was Ja, ich auch Also, warte Mampf, Mampf Ist zwar ungesund, aber Wurscht So, ich bin voll Na gut, ich habe da jetzt genug Fleisch dabei Für eine Ölenerkundung Ich habe noch einen Fisch, ich habe Snacks, also Ich habe noch ein bisschen Rüstung Gut, dann tue ich meinen Topf jetzt noch mit Wasser auffüllen Meine Wasserflasche ist voll Meine Wasserflasche ist nicht voll Ich habe noch Beeren dabei Also das sind glaube ich ganz gut ausgerüstet So Einfach mal trinken Hm So 100% Das haben wir, passt nix Soda, ich weiß nicht nicht, soll ich Soda mitnehmen Vielleicht nehme ich 1, 2 Soda mit Ne, wir werden nicht mehr Ich habe da so 3, 4, 5 So das mit Weil ich weiß jetzt echt nicht, wie groß die jetzt noch werden, die erhöhen Ich nehme mal 2 Medics mit Und noch 2 Soda Du kannst noch ein bisschen Medizin und Ausdauerteile Ja, ich habe 2 Medizin dabei Ein paar Snacks genommen Und eine ist so dabei, ich meine wir finden bestimmt Koffer In dieser Zeit Wo Medizin bestimmt drin ist, da finden wir mal relativ viel Ja Lass mich in Ruhe Oh, ich hätte vielleicht nicht rausgehen sollen Hey, da ist ein Haus Da ist ein Haus Da ist ein Haus Hier und laut gehen direkt los, oder? Moment, da ist ein Grad eingeborene Echt, wo? Hier bin ich, hallo Ja, komm Alter, das sind das viele, was ist das denn? Das sind echt viele Ich sehe hier nur einen, der da mit einer Lampe rumläuft 1, 2, 3 Die laufen wieder weg 4 Ja, ich sehe schon 4 Ja, vielleicht kann es ja schon sein, dass die FFGs schon ihre Arbeit tun Weil jetzt Die Nacht können wir jetzt nicht überschlau Äh, über Nacht, ne? Oh Gott, Alter, jetzt greifen die alle gleichzeitig an Oh 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 shit, ich komm wieder raus Ich komm mit Fünf ins Fünf ins Wir schaffen mal Oh, oh Aber ich finde schon so lustig, wir wollten es eigentlich losziehen und dann... Ja, ja, ja Oh, Alter, das sind so viele Da habe ich doch gesagt Das ist mehr als fast, glaube ich Pfff Die haben uns abgehauen Ja, weg von unserer Mauer Ich spiele es nicht, das ist echt... Oh, 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 oh Jetzt geht es über rund Ich finde es so schade, dass die Spikes da nicht nix bringen Ja, das nervt euch eigentlich auch tierisch War echt viel Arbeit, ne? War echt viel Arbeit, ne? War echt viel Arbeit, ne? Der libel Winkt mehr, ne? Au Puh Der eine Stickdip brennt echt nicht ab Und wie nicht, ne? Vielleicht hat der andere einfach nicht gespeichert Na gut, dann nehme ich mal ne Axt Ich trage sie erstmal zu den FNGs, bevor ich da... Das ist eigentlich eine sehr gute Idee Ach, das ist immer noch einer Fangen wir schon mal mit dem Hacken an, ich hole die Leichen Hier brauchen wir eigentlich nur noch Köpfe, also... Ähm... Okay Trag die Leichen lieber mal woanders hin Okay Oder nehmen nur die Köpfe irgendwie mit Hin? Ooooooooh Wo ist jetzt einer? Das sind zwei mit Monotov Und da unten ist auch noch einer Alter, es werden echt viele hier Trag die Leichen mal zur... zur anderen Seite Da sind noch FNGs, die brauchen noch Arme und so Da ist wahrscheinlich ein bisschen besser aufgehoben Ne, ich muss hier ein bisschen aufpassen Schnell wegen den... Ich hab's eingeborenen Alter, da oben ist noch mal drei Was ist das? Eins, zwei, drei, vier schon wieder Ach Gott Du schweißt nicht, ey Wow Wow War es endlich mal synchron... Habe ich ungeschlackert, öffnig an Habe ich ungeschlackert, öffnig an Dann haben wir den hier... Da haben wir noch eine Frau... Warte, ich trage jetzt erstmal alle rein Und dann trage wir erstmal auf die andere Seite Ich habe einen Kopf, nehme ich noch mit Den brauche ich noch Nein, ich habe doch auf den Kopf Den hier... Dann noch... Die da... Ja, das mit der Vorbereitung für die Höhle Das klappt wieder irgendwie nicht Ja, sag ich... Wir wollten das mal wieder machen Was passiert? Sie greifen wieder an Hier sind sich alter... Wieder zwei, drei... Wieder... Drei, vier, fünf... Was ist dann jetzt los? Knapp Okay, krank Oh alter, bei mir... Alter, das sind echt viele... Ihr rückt euch durch... Mal... Ist schon wieder jemand, der hier... Also jetzt... Jetzt... Reicht's langsamer mal... Wir wollen's ja nicht übertreiben, ja? Wir wollen jetzt immer noch die... Höhlen der Kunden... Warte, wie viele Leichen da liegen... Noch irgendwelche? Ah, der Onglick noch eine... Ähm... Da ist noch einer... Es gibt's doch nicht... Wird denn jetzt los? Bitte... Lacht fest... So... Ich hab hier noch einen... Na gut, ich trag's jetzt mal... Oh, da war noch einer... Lass hin... Ich mein's jetzt wohl echt ernst... Da hab ich noch einen... Ähm... Legt hier noch irgendwo eine Leiche... Da 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 da... Da 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 da... Da 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 da... Da 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 da... Da 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 da... Jetzt seh ich keine mehr... Das war's wohl... Na gut... Soll ich die zerhacken, oder...? Nee, trag's mal da hin, wo ich bin... Weil sie noch effe schießt... Weil die haben ganz viel kaputt gemacht... Weil die haben ganz viel kaputt gemacht... Ich hole meine Leiche... Tu's dann dort zu erlegen... Und... Trag's dann wieder zurück... Und leg's ins Lagerfeuer... Voll effektiv hier... Hm... Hm... Da ist die Bombe... Hm... Na gut... Wir brauchen eigentlich nur noch zwei... Beine... 36 Arme... Mein... Sorry... Mein Fehler... Eigentlich wollte ich's Licht... Fang jetzt schon an zu verwehen... Da brauch ich keine... Da brauchen wir Arme... Dann brauchen wir noch irgendwo Beine... Da... Ja... Irgendwo... Die sind aber wahrscheinlich nicht hier... Nee... Warum hauptsächlich nur noch Köpfe und Arme... Nee, die verliegen, Alter... Das wird's nicht eh gut sein... Schon, ja... Also Beine kannst jetzt dran lassen... Ja... Der eine... Iiii... Der eine ist voll ekelhaft... Und den nehme ich auf die Schulter... Das ist echt widerlich... Ja... Oh... Wir bekommen schon wieder Besuch... Schon wieder? Wir haben vergessen uns unser Tor zuzumachen... Drei... Fünf... Sag mal... Ist ja gar nicht mehr auf hier... Ich muss mir eine Waffe in die Hand nehmen... Oh... Hast du einen Molly oder so? Ist ja jetzt nice... Dort wo die... Dort wo es gestanden hätten... Das wäre mega... Der ist voll zerfetzt... Alter... Die ganzen Leichen müssen weg... Scheiße... Nein... Ah... Fuck it... Wer hätte sie voll ekelhaft aus... Mann... Oh shit... Was habe ich getan? Alle Leichen... Jetzt haben wir einmal so einen Leichenvorrat für unsere Effigies... Und du zerstörst sie... Ja... Ich hätte nicht gedacht, dass die von mir so reinhaut... Guck mal, der ist schwarz geworden... Ist der bei dir auch schwarz? Ja... Kleine Nigga... Ja... Boah... Das... Ach... Das war alles weg... Krass... Oh nein... Warum sind die Leichen kaputtgegangen? Oh... Das nervt mich jetzt... Da ist noch einer, ne... Übrigens... Da hinten... Ja... Ja... Das war eigentlich nicht geplant... Oh man... Wohl eigentlich nur die zwei lebendigen da... Killen, aber... Na gut... Ach Scheiße... Da kommt noch eine... Sag mal jetzt... Hör's aber auf... Ich hab die aus... Die ist grün... Guck... Wir haben noch genug... Die ist grün... Wieso sind die grün? Komisch... Da noch ein Arm weg... So... Was brauchen wir denn noch? Köpfe und Arme... Oh... Das wären so viele Köpfe gewesen... Warum... Müssen die... Warum müssen die unbedingt nur einen Kopf haben? Ja... Wirklich... Könnte es nicht mit Mutanten... Ja... Mich nervt das ein bisschen, dass man bei den Mutanten nicht ein bisschen mehr rausholen kann... Oder gar nichts eigentlich... Ja... Man kann gar nichts rausholen... Das stimmt... Das nervt mich ein bisschen... Sogar... Irgendwie... Man kann es nicht verarbeiten... Es... Blocks... Rief... Aber wie sich das eigentlich anhört... Man hofft, dass man die irgendwie verarbeiten kann... Hehehe... Oh man... unser schöner Leichenvorrat... Ja... Das waren jetzt echt viele... Oh... Wie viele Knochen das gewesen wären... Und wie viele Köpfe... Und... Ah... Man... Ja... Die nächste Nacht wird kommen... Das ist trotzdem ein bisschen ärgerlich... Das haben wir voll die Arbeit gemacht... Ja... Entschuldigung... Geil... Es war ja nicht unbedingt nur deine Schuld... Ich habe ja gesagt... Haben wir nicht einen Molokop-Cocktail oder so... Ich hätte nicht gedacht, dass die Leichen alle zerfetzt werden... Ja... Ich eigentlich auch nicht... Nein... Obwohl... Ich mache vielleicht mal ein bisschen Rüstung wieder... Aber eh noch so viel... Nach... Keine Knochen mehr... So... Die anderen Knochen... Die lasse ich dir mal... Mhm... Weil ich glaube, du brauchst zwar schnell noch ein bisschen Rüstung... Ja... Meine Rüstung ist ganz schön nach unten gegangen... Als beim Kämpfen... Hast du das auch manchmal, dass sie dich so krass treffen... Dass du so... Zehn Meter nach hinten geschleudert wirst... Kelten aber ja... Was passiert... Das ist manchmal echt krass... Du hast mir aber viele Knochen gelassen... Hintenlalter... Hast du wahrscheinlich deine Rüstung voll gemacht... Und dann... Ne... Ich bin halb... Okay... Wie war das eigentlich gar nicht... Was ich genommen habe... Wobei ich noch mal kurz... Hast du eigentlich auch... Ja... Hab ich... Okay... Wie lange haben wir denn jetzt noch... Neun Minuten ungefähr... Ja gut... Also wenn wir jetzt gegessen haben... Dann würde ich jetzt sagen... Wir... Direkt los... Ne... Ich muss was trinken... Und ja... Ja... Ich bin voll... Ich bin voll... Ich bin voll... Ich würde direkt los... Komplett voll... Nämlich das noch... Komm... Wo waren denn die da lang... Machen wir mal dazu... Ja... Du drückst... Gut... Zu welchen... Gelben Fleckchen gehen wir denn... Zum ganz rechten... Ich seh nur eine gelbe Flagge... Ich seh es immer noch... Nur eine... Was sind das für eine gelbe Flagge... Ist das eher... Ziemlich kräftig... Oder ziemlich bleich... Bleich... Da ist das... Also die da... Okay... Das ist ein Scheißhauser... Und ein Mutant... Der... Von direkt... Äh... Nicht Mutant, sondern... Direkt vorbeigelaufen... Den lassen wir hier aber... Den Kopf können wir mitnehmen... Ja... Jeder kann einen Kopf tragen... Uah... So... Können wir den Arme auch mitnehmen... Habe ich genug Sticks dabei... Den nehme ich auch noch mit... Ja... Habe ich den Arme... Watt... So... Ich habe alles gleich mitgenommen... Du kannst die nächste Leiche machen... Gehört... Wenn einer... Entgegenkommt... Lass ihn durch... Lass ihn durch... Lass ihn durch... Scheiße... Wenn man das so ein bisschen rumstreift... Dann findet man das dann doch schon... So... Wo ist der... Wo ist der... Sack jetzt? Dann haben wir noch ein paar Sticks mit... Ja... Das ist ja die Vorbereitung... Ach... Das ist ja die Vorbereitung... Das ist ja die Vorbereitung... Dann müssen wir ja auch ein bisschen sammeln unterwegs... So Sticks und so... Damit ihm da auch voll ist... Das immer in Richtung... Gelbe... Flagge... Wo ist mein... Ach da... Aber ich würde in der Folge... Schon noch gerne irgendwie ankommen... Ja ankommen... So reingehen... Vielleicht nicht mehr... Aber... Ankommen... Aber ich glaube das tun wir... Weil ich komme ja nicht so gut voran gerade... Ja... Es ist doch halt... Tief weit weg... Glaube ich... Wenn wir es da hin... Du bist... Wo... Ach das wäre jetzt die Koffer... Zum Aufmachen... Oh ja... Die ziehen... Okay die sind schon offen... Da ist noch einer... Geschl... Snack... Schlag halt aufm... Ah... Wurstwatch... Scheiß Stein... Wann ist alle Koffer? Kann so... Wann ist so wenig Koffer? Ich hoffe es gar nichts rauskommt... Unser Lagerfeuer ist immer noch da... Echt? Ich nehme mal so... Ach so... Scheiß den kann man ja nicht... Warum kann man so ein Luch kopflich einstecken... Das verstehe ich nicht... Ja das... Das... Das nervt mich eigentlich... Das so ein ganzes... Das so ein ganzes... Menschenkopf ganz einstecken... Arme... Beine... Steine tragen... Aber so ein Scheiß... Luchkopf nicht... Ja das nervt eigentlich... Wenn man da so Trophäe machen will... Und dann... Und dann... Das ist direkt vor mir... Hätte es noch genug... Ach jetzt ist die zweite... Jetzt ist die zweite Flagge... Die waren wahrscheinlich direkt hintereinander... Bei mir... Weil die beide in die gleiche Richtung gehen... Alter... Ach... Hä... Schleich... Bei mir... Bei mir... Bei mir... Wo ist der denn? So... Ich hack schon mal den Kopf und die Arme für dich... Ab... Dankeschön... Ja... Was für ein Service... Ist brutal ne... Ja... So jetzt... Jetzt ist er da... Lass los... So die Flagge sehe ich jetzt auch... Sehr gut... Wir können eigentlich noch direkt hier reingehen... Hey da ist Schlamm... Hol ich... Ach das ist unser Marker... Machst du denn... Ja da ist ein Tod... Um den Blick auf zu spüren... Da ist eine Kiste... Über die Haube zu spüren... Da ist auch noch eine Kiste... Achso... Das ist ja unser Ding... Ja... Nein... Nicht kaputt machen... Ah... Halt... Da geht's doch auch noch rein... Ja... Hab ich doch gemeint... Wir können auch gleich hier reingehen... Das ist die andere Flagge... Die war wahrscheinlich bei mir hintereinander... Deswegen hab ich die nicht gesehen... Ach... Das ist ja auch gelb... Ach... Ich hab... Hey lol... Bei der wäre ich voll bei... Vorbeigelaufen... Oh da ist Stoff... 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 Achso... Du meinst... Stoff... Ich find das aber cool... Dass das immer wieder ein bisschen spawnt... Weil das wird kacke... Wenn du irgendwann mal alles ausgestopft hast... Und einfach nichts mehr hast... So... Jetzt ist es schon... Ja... Sind wir so weit... Jetzt... Äh... Wart... Ich tu mal schnell noch ne Fackel... Machen... 79 Stoff hab ich... Also ich hab auch noch genug Sticks und so... Also ich geh da jetzt ran... Komms mit... Ja... Wart... Ich mach mir auch noch schnell... Ähm... Komm... Nein... Cool... Das fängt auch wieder an zu ruckeln, oder? Ja... Ganz kurz... Ja... Natürlich... Und wenn ich geschmarrte wird das irgendwann mal fixen... So... Aber wir waren hier schon mal drin... Das weiß ich... Aber wir wollten doch mal reingehen... Sicher schon? Ich glaub schon, dass wir schon... Weil da müssen wir erstmal was kaputt haben... Ja... Ich glaub das haben wir schon mal gemacht... Wir waren uns nur nicht sicher, ob wir hier... Äh... Nochmal reingehen... Gehen wollten, oder so... Das sag's... Uah... Gott, was ist... Was war denn da draus? Ach guck, da ist das Soda... Ah... Das waren die ganzen Soda-Flaschen, die wir da entgegen gesprungen sind... Hä, sind wir da hergekommen? Ja, da sind wir hergekommen... Vier... Ja, was hab ich denn da... Wir müssen tauchen... Achso... Vielleicht haben wir deswegen die Höhle zweimal gemacht... Aber hier geht's auch noch mal weiter... Oh genau... Ja, ich weiß schon... Wo sind wir letztes Mal lang gelaufen? Scheiße... Mist... Konnte man da überhaupt tauchen? Das weiß ich jetzt nicht... Gingst du überhaupt weiter? Ich glaub wir langs gar nicht weiter... Doch, hier geht's weiter... Oh Gott, ich hör... Warte, ich mach jetzt mal ne Fackel an... Ähm... Mann, Mann, Mann... Okay, jetzt wird's... Bisschen eng... Geht's immer noch... Geht's echt mal weiter? Ich glaub hier waren wir, oder? Oder nicht... Das wir hier schon mal waren? Zu eng und so? Ne, aber Oli wird's irgendwo anders abgebogen... Wieso kommen diese Lampen nicht mit? Ich glaub das haben wir letztes Mal auch gesagt... Ja... Was ist das? Dick, dick, dick... Hm... Cool... Hat ein bisschen komisch angehört... Ich bin voll hell hier... Vor allem Licht... Ah... Mutant... Der hat der wohl Hunger... Da hinten ist auch... Zu welchen? Ja... Der arme Typ... Okay... Bombe... Wär ne gute Option, oder? Jo... Bombe... Okay... Besuch's mal... Hast du du auch? Ja, du wirf du... Du kannst besser werfen als ich... Stirb... Motherfucker... Sehr schön... Ist das gut? Ja, der liegt noch... Hätte ich nicht gedacht... Oh... Wow... Alter... Erschrocken... Ach... Herr... Die... Schackel... Achso... Hier unten waren wir noch... Oh... Er kommt! Mutant! Ich zieh den mal an... Hey... Ich muss mal anzünden... Der稱 ist ziemlich... Der brennt auch grade... Aber ich seh das nicht... Wohah... Shit... ich hatte was geht hier und stoff stoff stopp es gibt aber auch wieder zwei wege ich gehe mal dahin ich hoffe es wenn es zwei wege gibt irgendwie finde ich es geil aber irgendwie läuft es ja vielleicht weil ich alles wissen vielleicht verbinden die sich sowieso nachher wegen folgen länge ja wir sind jetzt vorbei genau hier direkt einfach aufhören hier schon okay passt sicherheit genau dann bis zur nächsten folge bis zur nächsten folge